Und damit herzlich willkommen zum letzten Part hier, liebe Freunde, dieser Aufnahme-Session heute am Mittwoch. Und ja, wir gucken heute, dass wir das Spiel gegen Paderborn per Sofortberechnung hinter uns bringen. Und danach kann ich euch den Kalender zeigen. Ist schon Winterpause und dann werden wir hier bis zum 1. Januar simulieren, damit wir die Transfers, die schon über die Bühne gehen, haben. Ich habe bisher Karius und Bremer verkauft. Rooks als Verkauf und Barberang Safari als Einkauf waren schon vom alten Manager getätigt worden. Damit hatte ich nichts am Hut. Nicht, dass ihr euch wundert. Müssen wir dann gucken, wie wir mit dem umgehen, wo wir den unterbringen können. Ob wir den direkt entlasten, wenn wir das Geld haben. Schauen wir einfach mal. Und ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in das Spiel. Wenn euch dieses Video gefällt, Daumen nach oben. Gerne auch mal in meinen anderen Videos vorbeischauen. Kommentar da lassen, welche, wo seht ihr noch Schwachpunkte in der Mannschaft. Welche Spieler würdet ihr euch noch dazu kaufen. Und ja, ansonsten, für welchen Verein hättet ihr euch entschieden. Wärt ihr auch zu Wolfsburg gegangen bei der Auswahl, die wir hatten oder hättet ihr gesagt, Näh, nach Leipzig zu Wolfsburg, alles nur Commerz. Hau mal ab, Junge. Du kannst ja ja nichts. Dann könnt ihr das auch mal schreiben. Wie gesagt, ich habe alles begründet. Es sollte eigentlich für jeden mit normalem Sachverstand nachvollziehbar gewesen sein. Aber ich kenne ja meine Pappenheimer. Von daher, guck mal mal. Heumingsson ist in überragender Form. Genauso wie Bastos. Also unser Plan ist auch trotz des Absturzes aufgegangen. Und ich habe jetzt vergessen zu speichern. Also hoffen wir mal, dass er wieder nicht abstürzt. Bastos, 1020. Alles klar, der Bastos, der hat Bock. Ich denke, Wolfsburg hatte keinen, der gut getroffen hat. Ähm, was hat denn der alte Trainer mit dem Dost gemacht? Dass der nicht getroffen hat, gut. Und Paderborn ist für euch jetzt nicht die Anlaufstelle. Ich weiß gar nicht, wie wir mit RB Leipzig gegen Paderborn gespielt haben in dieser Saison. Kann ich jetzt auf dem FF nicht sagen. Haben losgelegt wie die Feuerwehr. So lobe ich mir das. Können mal gucken, dass wir jetzt noch ein paar zur Spielpraxis verhelfen. Dafür ist das ja da. Zum Beispiel Lukas Andersen, der ja wechseln wird. Und Koray Günther, der bleiben wird. Und ja, wer bleibt denn von denen? Hier noch. Eigentlich, ja komm, lass mal Hand nochmal spielen für den Marktwert. Kann der auch noch was tun. Lukas Andersen trifft auch direkt. Heilige Neune. Habe ich den zu früh verkauft? Fragezeichen. Haris Seferovic mit dem 3-1. Stimmt, ich glaube der Seferovic hat uns abgeschossen, wenn mich nicht alles täuscht. Damals. So, wir gewinnen 3-1. Das ist schon mal gut. Bitte nicht abstürzen. Danke. Die anderen Ergebnisse. Dortmund gewinnt gegen Frankfurt 2-1. Hoffenheim Mainz 1-1. Hannover gewinnt gegen Düsseldorf. Stuttgart Hertha 1-1. Gladbach gewinnt gegen Freiburg. Schalke gegen Hamburg. Bayern gewinnt gegen Bremen 4-0. Und Leverkusen setzt sich knapp mit 1-0 gegen unseren Ex-Verein RB Leipzig durch, die nach wie vor 13 Punkte haben. Aber immerhin schon ein Sieg mal eingefahren haben unter den neuen Trainer. Von daher muss man mal schauen, wie die sich so entwickeln. Matthias Ginter gab seinen Wechsel zu Hoffenheim bekannt als Ablöse worden. 14 Millionen nur. Oh Mann ey, wofür reiße ich mir da den Arsch auf? Aber egal, muss er jetzt wissen. Für uns ist Wolfsburg mal wieder keine Reise wert gewesen. Ich spiele lieber gegen große Stürmer. Die kleinen weinen so schnell. Hassan Al-Khal-Darim. Könnte ich ja anfangen zu mögen. Mit der Einstellung. So, das erste was ich gleich machen werde, Freunde, ist auf jeden Fall speichern. Marcel Honke übernimmt beim Meister. Ach stimmt, Wolfsburg war ja Meister. Oh, dann ist natürlich verständlich, warum da der Manager so sauer war. Warum die dort stehen, das habe ich ja ganz vergessen. Wow, wir sind dann zum Meister gewechselt. Ist jetzt auch nicht der schlechteste Move, den man machen kann. Aber naja, ihr wisst ja, darauf kommt es mir nicht an. Aber ist schon krass. Wir kriegen die Spieler für den Wert nicht los, ne? Da ist mehr als 6 Millionen drin. Hier sind auch mehr als 14,5 drin. Also als 10, meine ich. Ja, wir werden hier noch einiges zu tun haben mit den Transfers. Ihr merkt das schon. Wieder mal, kann ich nicht oft genug sagen. Der hat gepasst. Das habe ich jetzt leider zu spät realisiert. So, ihr seht schon, ich fange schon an, die ersten für 0 zu verkaufen, weil die überhaupt nicht weggehen wollten. Dann ist das immer noch besser, als die zu entlassen. So, viele gescheitert. Reckert kommt. Jakobsen kommt. Bornic kommt. Also die zweite Mannschaft hat schon mal drei Neuzugänge. Immerhin. Ablöse, Hand und Beister. Klose wechselt für 8 Millionen. Ablöse, Verhandlungen für Hand gescheitert. Höger kommt. Kokkola kommt. Das ist gut. Diego Costa ist noch im Rennen. Okay. Ich dachte schon, der wäre gescheitert. Schon wieder ein Frosch im Hals. Das ist nicht zu fassen. So, bevor ich jetzt hier mich um die Neuen bemühe, mache ich gerade nochmal die Speicherung. Das ist mir sonst alles zu kriminell, Freunde. Aufgrund der letzten Folge, als es dreimal abgestürzt ist, bin ich da wirklich sehr paranoid geworden. Dadurch, dass es dreimal abgestürzt ist, heißt das, ich muss jetzt auch noch hier die Sachen wieder neu einstellen. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo war ich stehen geblieben. Ich glaube, zentrales Mittelfeld hatte ich alle Neuzugänge. Hier ist keiner mehr, der mir zusagt. Weigl wäre ganz interessant, aber mit 21 ist er dann schon zu alt für die zweite Mannschaft. Ansonsten Diego Costa, Salah hat man ja. Jaddy, genau. Den wollte ich für die zweite Mannschaft einfach mal probieren. Ob wir den kriegen, obwohl mit 20 ist er auch schon wieder zu alt. Dann holen wir uns mal einen alten Bekannten wieder. Leandro Putaro, gebürtiger Wolfsburger. Würde sich, glaube ich, hier in Wolfsburg wieder gut machen. Knabry mit 21 zu alt. Jetzt für die zweite Mannschaft. Michael Strein, das Bayern-Talent. Müssen wir doch auch mal anfragen. Also ich glaube, in der zweiten Mannschaft werden wir definitiv gut aufgestellt sein. Da sehe ich keinerlei Bedenken. Ich habe eher Bedenken um die erste Mannschaft, aber kriegen wir auch schon irgendwie hin. Die Pai, überhaupt nicht auf die Füße gekommen. Linksaußen haben wir Heuming-Son. Wir haben Heuming-Son. Wir haben Peresic, den wir wohl behalten werden. Das ist mir zu viel Risiko. Das ist mir zu viel Risiko. Noch ein Deer kann ich mir nicht leisten. Brahimi als Ersatzspielmacher. Ist aber kein Spielmacher. Touvent ist zu schlecht mittlerweile bei United. Kein Wunder. Tassi auch bei United, aber auch zu schlecht leider. Halilovic als Dribbler, aber auch zu alt für die zweite Mannschaft leider. Lazaro geht steil, passt nicht. Erdal Öztürk, das würde passen. Das würde mir auch sehr gefallen. Das ist für die erste Mannschaft sogar. Bisschen mutig, ich weiß, aber es würde mir gefallen. Passt genau in mein System. Ich mag ihn und er hätte genug Zeit, sich da zu entwickeln. Für die zweite Mannschaft wäre er dann natürlich schon wieder fast zu alt. Da hätte ich, wie gesagt, gerne ein 19-Jähriger. So, Viktor Andrade als Ersatzstürmer. Nee. Würde er die Außen besser können, dann wäre das vielleicht eine Option, aber das kann er nicht. Ich müsste mir ihm erst alles beibringen und ich hatte ihn noch nie in der Karriere. Ich weiß nicht, wie er sich entwickelt. So, ebenfalls ein alter Bekannter Dominik Martinovic. Gucken wir mal, der wäre aber nicht so günstig. 8,5 Millionen. Aber dann hätte man einen guten Ersatzstürmer. Rauro. Belotti ist jetzt wieder nicht ganz so gut. Carol will ich gar nicht. Divock Origi, leider überhaupt nicht in die Pötte gekommen. Baba F. Lombardi. Jeremy Lombardi. Klingt sehr toll, der Name, aber passt noch nicht. Benkarit ist ein Jahr zu alt. Eger Stein für die zweite Mannschaft, das könnte passen. Mit 18 Jahren ist da noch Entwicklungspotenzial. Und auch, wie gesagt, recht günstig. Dann ist das okay. Sag mal, direkt für 150 schlagen wir zu. Morina könnte auch noch passen. Hat sogar ein Spielerbild. Ist auch immer ganz hübsch und nett anzusehen. Also nicht, dass er jetzt hübsch ist. Aber ich meine, ihr wisst schon, was ich meine. Mit so einem Spielerbild macht das Ganze dann schon mal hier und da mehr Bock. So, und dann hätten wir alle, die günstig sind, versucht an die Angel zu bekommen. Ich werde hier nochmal durchswitchen. Aber es müsste eigentlich alles okay sein. Das heißt, ich werde nochmal speichern. Sicher ist sicher. Und dann gehen wir noch ein paar Tage nach vorne. So, unser Gehaltsbudget ist beschränkt, ne? Sehr beschränkt. Unsere zweite Mannschaft gewinnt 13-0 gegen Meuselwitz. Das ist schön. Wolfsburg und Empoli brechen Gespräche ab. Ja, wir müssen gleich nochmal gucken bei den Spielerverkäufen, dass wir da alle nochmal versuchen zu verkaufen. So, hier und hier und hier und hier. Viele News. Hazard, Spieler der Saison des Jahres. So, Diego Costa, hier kommen wichtigste Spiele. So, mit dem hat man noch gar keine Anfragen, keine Gespräche. Dann fangen wir mal ganz klein an. Ich weiß, wir müssen da noch deutlich höher, aber erstmal klein anfangen. Den könnte ich mir halt auch als Ersatzstürmer vorstellen. Aber als Rechtsaußen ist der schon echt die Lösung, ne? So ein Volland werden wir uns nicht leisten können, den nach Wolfsburg zu lotsen. Von daher fände ich Diego Costa doch schon mal eine ganz anständige Nummer. Zumal das doch eigentlich gut passt vom Gehalt hier. Sagen erstmal 6 Millionen und dann können wir gleich höher. Wie gesagt, Salah, Vertrag läuft auch aus. Du wirst in der Regel spielen. Das sind alles Spieler, deren Verträge auslaufen, die wir gerade anfragen. Also nichts Wildes, in Anführungszeichen. Können natürlich auch gute Kicker dabei sein. Aber es geht uns erstmal darum, möglichst günstig erstmal breit den Kader zu machen. Und dafür ist sowas erstmal in der ersten Saison, im ersten Halbjahr gut geeignet. So als Tipp von mir für die Nachwuchsmanager hier draußen. 2,5, das sollte passen. Erik Dier, natürlich ein recht teurer Transfer, aber ich vertraue einfach auf ihn. Ich hoffe immer, dass er dann so explodiert wie in echt. Was heißt explodiert? Er ist vielen halt ein Insider-Tipp. Und ich finde ihn halt mega genial. Schon seit Jahren. Von daher hole ich mir den immer gerne. Aber es kommt selten dazu, dass ich ihn holen kann, weil er halt immer so scheiße teuer ist. Auch jetzt, wenn der Vertrag ausläuft, nicht gerade günstig. Ihr habt es ja gesehen. Aber ich will das Risiko jetzt einfach mal eingehen. Wir haben zwar noch Koray Günther, aber dann hätte man noch einen zweiten guten Innenverteidiger auf der Reserve. Es ist mir immer lieber. So, 11,5. Das sieht noch gut aus. Da ist noch Bedarf nach oben. Da ist was gescheitert. Da ist was gescheitert. Ja, wird immer noch viel Arbeit auf uns zukommen. Mit den ganzen Transfers. Heidewitzka, ey. Die sind noch alle so weit weg von der Einigung. Da war gerade wieder einer. Das realisiere ich manchmal zu spät. Dann klicke ich einfach auf Reflex. So, die für Null. Die gehen klar. Ter Stegen für eine Million sollte doch jetzt mal passen. Dann hätten wir auch unseren Torwart. Ich werde gleich auch noch mal die Jugendmannschaft einblenden, wenn er nicht abstürzt. Und wir uns um die Transfers gekümmert haben. Hier haben wir schon wieder einen verkauft. Das war jetzt nicht der teuerste, aber immerhin. Es nimmt Formen an. Und Diego Costa wäre dann wirklich... Ich mag ihn jetzt nicht so wirklich mehr in echt. Es gab mal eine Zeit, da habe ich ihn wirklich auch überall gekauft. Aber mittlerweile ist dieser Diego Costa-Hype vorbei bei mir. Machen wir sieben Millionen, dann müsste es eigentlich passen. So, hier sieht es gut aus bei Ushida. Da sollte man doch auf eine Einigung kommen. Martinovic, wie gesagt, auch als Ersatzstürmer. Sicherlich eine Bereicherung. Weil Buena klappt selbst für 5 nicht. Das ist schon beschämend, ne? So, aber egal. Dann scheitert es halt und wir verhandeln dann neu. Putaro bekommen wir nur für 2 Millionen. Aber die sind es mir eigentlich wert. So, ich sag mal, du wirst für die Amateurmannschaft verpflichtet erst mal. Und dann bauen wir dich darüber langsam in den Profi-Kader ein. Wäre mein Plan für Putaro weiterhin. Wäre schön, wenn wir so ein paar aus RBE Leipzig holen könnten. Und dann unsere Arbeit mit den Jungs hier fortsetzen. Und Putaro ist halt ein Riesentalent. Das würde mich schon freuen. So, machen wir mal 500.000. Dann können wir hier auch auf 5.000. Dann müsste der Vertrag aber auch passen. Ne, Kollege Schmalfuß. So, Philippe. Scheinbar wollen den dann doch ein paar. Das ist schön. Hier gehen wir noch ein bisschen runter. So, da unterzeichnen wir den Vertrag. Das sieht gut aus. Egestein für die Reservemannschaft, wie gesagt. Machen wir mal 50.000. Zack. Zehn Prozent. 5.500. 5.000. 5.000 waren hier. 5.000 dort. So, 100.000. Dann passt das eher. Dann ist er auch zufrieden. So. Da sind wir auch zufrieden. Zack. 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 100.000 passt mir auch. Null ist okay. Die Nuller-Transfers sind meistens der Abschluss. So, es wäre schön, wenn es jetzt nochmal speichert. Damit uns hier kein Transfer abhanden kommt. So, Zuschlag für den VfL Wolfsburg. Mohamed Salah kommt für 6 Millionen zu uns. Mal gucken, was wir auf dem machen können. Und Diego Costa kommt auch zu uns. Der wird dann definitiv Stamm spielen. Salah dann als Ersatz auf rechts außen. Dann wäre man da ganz gut aufgestellt. So, hier kriegen wir mindestens 12,5. Also, das muss drin sein. Und hier muss auch mehr drin sein, als es ist. Teilweise lächerlich, was die Vereine hier zahlen wollen. Dann ist meine Meinung immer noch, wie ich schon mal sagte. Dann scheitert es erstmal. Und dann probieren wir die neu anzubieten. So, bitte speichern. Weil ich komme ja selber nicht dazu. Ein paar wechseln ablösefrei. Das soll mir aber auch recht sein. Hauptsache erstmal weg. So, 11,5 für Ushida. Nehme ich jetzt einfach mal an. Die nehme ich jetzt einfach mal frech, wie ich bin. Nehme ich die an. So, auf 8,5 bei Martinovic. Nicht mehr runter, ne? Dann bleiben wir bei den 8,5. Und beiß da 12. Da geht noch sicherlich einmal. Weil Buena ist ein Witz. Und hier, das müsste passen. 11 Millionen für Andressen. Na komm. Sind wir nicht so. Nehmen wir einfach an, bevor wir hier nochmal neu verhandeln müssen. 2,9 ist immer noch unter dem Marktwert. Das ist einfach nur lächerlich. 600.000 nehme ich an. Hier können wir noch auf 350 runter. Der FC Bayern hat es ja. Das nehmen wir auch an. So, der hat immer noch nicht gespeichert, oder? Jetzt speichert er. Danke. Vom letzten Part da echt ein bisschen geschockt. Dieser Part könnte jetzt auch was länger werden. Aber wie gesagt, zum folgenden Sessionabschluss ist das, denke ich mal, vollkommen okay. Auch wenn der letzte auch ein bisschen länger war. Aber das war ja aufgrund der Abstürze. Da konnte ich ja jetzt nichts für. So, hier 12 Millionen bei Bystar. Sage ich jetzt auch einfach mal okay. Auch wenn wir hier sicherlich noch ein bisschen mehr kriegen. Aber dass wir erstmal die Absicherung haben, dass einer den haben will. So, dann können wir uns nämlich gleich um die Gescheiterten kümmern. Und erstmal hier um den Bauhof. Da ist nämlich noch einiges zu tun im Wolfsburger Umfeld. Das gefällt mir so noch gar nicht. Gescheitert, gescheitert. Lukas Andersen für 11 Millionen. Pedersen endlich auch für 8 Millionen weg. 11,5 Ushida. Bisschen Geld also in die Kasse gekommen. Pindic und Dings ablösefrei. Kaufmann für einen Kleckerbetrag. 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 So. Ablöseverhandlungen gescheitert. Putaro kommt für 2 Millionen zu uns. Kein Verein an Pannewitz interessiert. Ja, vielleicht will er schon weg ist. Achso, es war der Vereinslose. Dann macht das auch Sinn. So, hier gehen wir jetzt auch nochmal auf 50.000 runter. Und ansonsten ist der nächste Schritt ablösefrei. Dann habe ich nämlich auch die Faxendicke, wenn den keiner haben will. So, aber da haben wir schon Jena hat Interesse. Es wäre natürlich wunderbar, wenn der zu Jena geht. Hier gehen wir auch. 50.000. Ansonsten nächster Schritt ablösefrei. Da habe ich jetzt keine Geduld mehr für, Herr Pilare. Aber auch da gibt es Interessenten. Warum? Nicht gleich so. Ihr wollt aber auch alles geschenkt haben. So, wie gesagt, Bentner, selbes Muster ablösefrei im nächsten Schritt, wenn er jetzt nicht geht. Aber er geht. Kommt immer nur derselbe Verein, der hier Interesse an den ganzen Spielern hat. Aber es soll mir recht sein. So, 250.000 für Haben. Da haben wir noch ein bisschen Spielraum. Den müsste nur langsam jemand kaufen wollen. Haben. Da haben wir auch schon Interesse. Wunderbar. So, komm, dann auch Plata noch. Und dann wäre ja alles super. Machen wir bei dir 1,5. Komm, das ist unterm Marktwert. Wenn du jetzt nicht weggehst, dann weiß ich es auch nicht. Dann kannst du mich aber auch mal gern haben. Da haben wir schon Interesse. Das ist gut. Und für Lascha gescheitert. Das heißt, den müssen wir auch irgendwie wieder anbieten. So, Erik Dier wechselt auch zu uns. Salat, Diego Costa. Der Jugendspieler will nicht zu uns. Und Ablöseverhandlungen für Ter Stegen gescheitert. Müssen wir uns also nach einem neuen Torwart umschauen. Ansonsten steht hier nichts Wichtiges. So, ich speichere nochmal kurz, weil ja doch einiges noch passiert ist. Tut mir leid, dass ich jetzt öfters speichere, aber ich denke, ihr versteht das sicherlich, dass ich da nichts mehr verlieren will. So kurz vor Tore Schluss. So, Transfermarkt, Plikfeld, hier das, Aaron Hunt. Mach mal Aaron Hunt, 11 Millionen, dann bin ich zufrieden. Ist gutes Geld für Aaron Hunt, wird nicht jünger. Ach halt, der muss erst in die zweite Mannschaft. Ach Gott, jetzt habe ich das versaut. Egal, wir haben noch Zeit. Haben jetzt auch keine Spiele, dann kann ich den ruhig auch schon in die zweite Mannschaft schieben. Valbuena, tja, was machen wir mit dir. Er hier für 4,5 wird nicht mehr. In die Reserve verschieben, Lim-Bombe. Noch einmal Zeit, da kann man ja keinen Fehler machen. Klisch, haben wir schon in der Reserve. 2,5, das muss jetzt aber auch klappen. Ansonsten weiß ich nie mehr weiter. Stolze, für Stolze, 2 Millionen, haha, so, 2 Millionen, das wäre der Putaro-Preis, wenn wir den wieder reinholen, dann ist das super. Raphael Schäfer für 1,5. Muss doch da irgendjemanden geben, der den Lappen für 1,5 haben will. Ich meine, der ist doch locker noch Zweitliga-Niveau. So, Afane. Vielleicht für 350.000 anbieten. Muss doch machbar sein, der sieht doch echt nicht so schlecht aus. Aber hat keine Interesse. So, dann hier 150.000 für Kakatushi-Willi, wie auch immer der heißt. Der Name ist mir echt zu schwer. Betke hat auch noch kein Interesse an irgendjemanden. Dann machen wir dich 200.000 und dann ist das auch okay. Geld ist Geld. Wie gesagt, wenn es vom Talent her nicht passt, dann muss man da auch mal Einboosten her mitnehmen. Auch wenn das gerade ein komisch formulierter Satz war. Hier 150.000. Ich mache jetzt nur, dass die Kicker jetzt endlich wegkommen, dass wir da Platz im Kader haben. Und unsere Kapazitäten voll ausschöpfen können. So, Wagner für manchmal auch 100.000. Dann sollte der weggehen. So, Wagner. Dann Kondi. Ist ja auch schon mehrmals gescheitert. 100.000. Dann müsste das passen. Zack. So, Lohmann. Einmal noch für 50.000, Junge. Ansonsten bist du ablösefrei auch weg. Genau wie der Meier. Da kenne ich jetzt nichts. Aber es sieht gut aus. Es gibt Interessenten. Und ich sehe schon, der Part, der wird arschlang. Aber wie gesagt, einmal müsste er damit leben. Ich habe ja das Problem beim Schneiden und Rendern. So, dann hätte man nur noch Asane, der weg muss. Und Aaron Hunt, der wir auch noch loswerden müssen. Aber es sollte dann klappen, wenn wir den einmal in die zweite Mannschaft verschoben haben. Und wieder zurück. So. Wir müssen noch einen Torwart organisieren. Denn Benayo wird nicht jünger. Patrick Bade ist auch ein guter Torwart. Kriegen wir den auch noch? Ich würde schon ganz gerne den auch noch mitnehmen. Muss ich ganz ehrlich sagen. In der Reserve zwei Torhüter zu haben, ist nicht schlecht. Aber jetzt müssen wir gucken, dass wir einen für die erste Mannschaft kriegen. Lutheke Ratkoski ist nicht der, den ich gerade vorgestellt habe. Ja, Tschechni. Müssen wir Tschechni nehmen, echt? Oder wir suchen nach Torhütern, die... ...die diverse Ausstiegsklauseln haben. Ich sagte Torhüter. Und da vielleicht auch gucken, dass da mindestens eine 66, also das sollte man schon hinkriegen. Und jetzt guckt man hier einfach mal nach Ausstiegsklauseln. Vielleicht haben wir da was. Irgendje, 30 Millionen ist mir zu viel. Auch wenn wir das Geld theoretisch hätten, das sollte man dann doch lieber sinnvoller ausgeben. Areola bei kein internationaler Wettbewerb. Aber ich glaube, das greift nicht. Auch wenn wir den einigermaßen günstig kriegen könnten. 10 Millionen bei Baumann. Den nehmen wir gerade mal ins Blickfeld. 10 Millionen bei Baumann. Freigabe bei Auslandsangebot, die Vajo. Aber der gefällt mir nicht so. Rakovsky, Stettler, Kaminski, Giefer, Rakovsky, Hatschitsch, Saarlinger, Weke. Ich glaube, das war's. Da sind wir durch. Sprich, Baumann wird unser Torwart für 10 Millionen. Gut Geld, aber ich glaube, es ist er wert. So. Und so gehen wir jetzt auch bei den anderen Positionen durch. Vielleicht können wir da nochmal Schnäppchen machen. Als erstes schauen wir natürlich. Eigener Verein besitzt Rückkaufklausel. Da dürfte man keinen haben. Das ist ganz selten. Auslandsangebote. Da gibt es sicherlich das ein oder andere. Kerim Gais von Sevilla. Was hat der so? 18,75 Millionen. Ist recht teuer. Ist natürlich ein super Kicker, aber ist teuer. So, er passt nicht in unser System. Obermeyang, gut, der geht selten. Das haben wir schon mehrmals probiert. Wisst ihr was? Komm. Wir holen Gais zurück in die Bundesliga. Ein bisschen auf den Putz schauen dürfen wir. Und jetzt guckt mal, wie gesagt, nach den anderen Positionen, ob da noch was in Sachen Ausstiegsklauseln irgendwo verankert ist. Aber das kann ich auch offscreen machen. Ich sage einfach, ich mache das offscreen. Ich danke fürs Zuschauen. Ich nehme euch dann später wieder mit am 1. Januar. Ich mache das Ganze jetzt einfach offscreen, damit es schneller geht. Und dann halte ich euch, was die Transfers angeht, auf dem Laufenden. Also, danke fürs Zuschauen. War eine gute Aufnahme-Session, denke ich. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben geben. Ansonsten wird nämlich der Part zu lang, um das mal jetzt hier abzukürzen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben. Gern Kommentare schreiben, welche Spieler soll ich noch kaufen, wenn ich noch Geld übrig habe. Wen wünscht ihr euch in unserem Verein? Und findet ihr meine Taktik richtig möglich, aufs Geld zu achten und erstmal hier in Anführungszeichen günstige Spiele einzukaufen? Oder seid ihr doch ruhig mal Geld wieder in die Hand? Und ist schon bei RB Leipzig schiefgegangen, das auf permanente, ja, nicht aufs Geld achten, doch aufs Geld achten. So, naja, ihr wisst, was ich meine. Also, danke fürs Zuschauen, Kommentar schreiben, Abo dalassen, um kein Video zu verpassen, falls ihr es nicht getan habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme-Session wieder. Danke und bis dahin, dann vielleicht auch mit Facecam. Also, ciao.